Liebe Damen und Herren, Sie haben es gehört, der Oberbrandinspektor hat gesagt, er müsste den Artisten weichen. Ich darf Ihnen jetzt junge Artisten und Artistinnen ansagen. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das jetzt hier gleich auf der Bühne entwickelt wird. Sie jedenfalls, die am Fastnachtsondag immer bei uns sind, wissen, was jetzt kommt, welcher Programmpunkt uns erfreut. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung. Ich gebe gerne die Bühne frei für das Kinderballett der Füßlehrgarde Ronsheim. Bitte sehr. Applaus 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 Das war's. 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 Das war's.